Hallo zusammen, ich bin Chief Avalon und hier bei mir ist Flavia und in ganz kurzer Zeit habe ich ihr ein Clash Royale beigebracht. Als nächstes werden wir jetzt mal gegeneinander spielen. Ich gebe alles. Damit es noch einfacher wird für sie, habe ich anscheinend Handicaps. Wieso ein Spiegel? Mega cool. Ähm, echt jetzt? Ja, probieren wir das mal. Okay, meine Valkyrie ist unterwegs. Jetzt spielst du einfach den Musketier, das ist ein Ries. Ah ja, das bist ja du! Oh nein! Okay, schwierig, schwierig, Inferno-Turm. Flavia hat nichts gelernt, was passiert überhaupt? Und dann den Ries dazu auf dieser Seite. Das macht aus gar keinen Sinn. Da. Nein! Also das mit der Seite, das ist nicht so ganz einfach, die richtige Seite zu verwischen, aber es geht. Schau jetzt! Hast du einen anderen Tag als ich? Ja. Hey! Was ist passiert? Okay, was ist das für eine Brille? Oh mein Gott! Es verziert alles ein wenig. Du siehst mega komisch. Ich glaube, du bist besoffen. Ja, so ist es ein wenig so. Es sieht ja bescheuert aus. Was ist das für eine Karte? Ich sehe die nicht einmal. Ich erkenne meine Karte gar nicht. Das ist der Mann. Der Gräber. Der gelbe Kopf. Das ist sicher der Ries. Scheiße! Schon ein Turm. Oh oh! Was? Ich habe einen Turm? Was ist denn das passiert? Was? Was ist passiert? Jetzt gibt es etwas zu trinken. Okay. Es ist zum Glück nicht mein Handy. Ja, du lachst! Ja, weisst du so! Ich mag ja gar nicht bis runter. Hast du gestartet? Ja! Es läuft ja alles oben raus. Ah, ich sehe es! Als erstes nehme ich einmal den Inferno-Turm. Weil... Ha ha ha! Oh wow! So. Hallo! Hast du vorhin gesagt, was das Gute ist gegen dir? Nein. Ich glaube, ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, ich habe es auch nicht verstanden. Was kommt da an das Gröschen? Der Ries. Oh! 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 So! Ja! Weisst du? Du hast recht gefunden, Mann! Was ist passiert? Und wie hast du es gefunden? Spielst du jetzt immer Clash Royale? Also ich bin schon etwas angefixt, glaube ich. Wenn ich gegen dich verliere, ich meine, du bist besoffen, Wasser, drei Liter... Ich weiss auch nicht. Spiegel verkehrt. Im Spiegel habe ich das Gefühl, man gewöhnt sich sehr schnell daran. Also im ersten Moment ist es komisch, aber nachher geht es recht schnell. Brillen waren eigentlich das Schwierigste. Ich bin auf dem Bexin. Und dann bin ich mit dem Bexin. Und dann bin ich mit dem Bexin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017